Wir leben in einem extremen Umbruch. Man kann sagen, die Welt steht in Flammen nicht nur von den Umwelt- und dem Klimawandel, aber die großen Probleme, vor denen wir stehen, da sind wir ja erst am Anfang. Das heißt, es wird sich extrem viel ändern und meine tiefste Überzeugung ist, dass die Kunst hier einen ganz wesentlichen Beitrag erbringen kann. Es soll ein beeindruckendes Kunstprojekt sein, auch dass ich erst mal als ästhetisch positive Geschichte doch zu einem sehr schwierigen Thema erlebe hier. Ich stelle mich dem Thema und ich gebe ein Zeichen und mir diese Spendengelder dann natürlich eines der großen Hauptziele, dann nicht nur zu sensibilisieren mit diesem Projekt und einen Denkanstoß zu geben, sondern gleichzeitig auch Mittel zu augurieren, Spendengelder, jede Lampe kann erworben werden. Wir haben die Idee gehabt, dass die Menschen, die spenden wollen, sich aussuchen können, wohin sie spenden. Und wir haben drei Schienen ausgedacht. Das erste ist Rechtshilfe. Die zweite Schiene ist eine Direkthilfe vor Ort. Und die dritte Schiene, in der man spenden kann, sind Projekte, die in Deutschland Geflüchtete integrieren. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020